Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Resident Evil Directors Cut Edition. Ich drücke mal ganz kurz Start, denn sonst kommt hier immer wieder ein Intro-Filmchen. Ja, es wird Zeit für mich jetzt auch in die Horror-Regierung vorzustringen. Und was ist da nicht der beste Teil für? Natürlich die ganze Resident Evil Reihe. Und ich beginne nicht mit Zero, das spielen wir auch auf jeden Fall noch, sondern wir beginnen mit dem Urvater. Mit dem Originalspiel aus dem Jahre, ich glaube 96 ist das rausgekommen. Und ich habe, es kommt natürlich trotzdem im Hintergrund hier. Seien Sie clever. Aber, ähm, und ich wollte mal was erzählen, denn ich habe das Originalspiel hier, hier, guck mal hier, für die PS1. Und das ist, ich habe zumindest mal geguckt, es ist eine relativ seltene Ausgabe, weil das Spiel, glaube ich, später nochmal indiziert wurde oder irgendein Krempel. Und deswegen wurde wieder, wurde das Spiel wieder vom Markt genommen. Guck mal, was hier hinten drauf ist. Seht ihr das? Das ist ein Bild von Resident Evil 2. Das heißt, das kam raus, als Resident Evil 2, ich glaube noch nicht draußen war, aber gerade in der Mache war. Und das war damals so ein kleiner Skandal. Und da habe ich geguckt, diese Auflage, die gibt es mir gar nicht so häufig. Ich habe mir die mal von einem Kumpel ausgeliehen. Habe es nie zurückgegeben, aber er hat auch noch ein Spiel von mir. So, jetzt ist das Ganze ausgeglichen und ich freue mich natürlich immer wieder, weil ich das Spiel alle Jahre mal wieder durchspielen darf. So, jetzt geht es aber langsam los. Wir starten damit die Resident Evil Reihe. Alle Spiele werden wir durchspielen. Ich habe leider schon sehr viele gespielt. Deswegen wird das natürlich nicht blind. Ähm, aber den ersten Teil habe ich, glaube ich, das letzte Mal drei, vier Jahre gespielt. Und den siebten Teil, den neuesten, habe ich noch gar nicht gespielt. Den habe ich mir aufgehoben für das Let's Play. So, wir starten ein neues Spiel. Standard-Training, fortgeschritten. Resident Evil ist schwer. Gerade gegen Ende, wenn man da beim Item-Management irgendwas verkehrt gemacht hat, kann man sich wirklich in Sackgassen manövrieren. Deswegen sage ich, wir spielen es mal einfach auf Standard. Ich habe keine Ahnung, was fortgeschritten ist. Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass ich diese Auswahl jemals hatte. So. Oh, Leute, ich freue mich. Das wird nostalgisch hochziehen. Das wird richtig nice. Es gibt ja noch die neue Auflage für ein Gamecube. Für die Wii und jetzt auch für die PS3 und für den PC. Ich habe es mir für den PS3 noch geholt. Und das Remake werden wir auch spielen. Deswegen würde ich einmal sagen, wir spielen das Original einmal mit Jill Valentine oder mit Chris Redfield. Und das Remake spielen wir mit dem anderen Charakter. Da ich weiß, dass das Ganze mit Jill Valentine so ein bisschen spektakulärer ist, dadurch, dass man Barry immer mal wieder an seiner Seite hat, würde ich mal sagen, das Original spielen wir mit Chris Redfield und das Remake dann mit Jill. Ich hoffe, das geht irgendwie auf. Ich hoffe, beim Remake habe ich dann auch die Auswahlmöglichkeit. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr, da ich das einmal damals auf dem Gamecube gespielt habe. Und das auch nur emuliert. Und das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Deswegen spielen wir jetzt die Resident Evil 1 Directors Card mit Chris Redfield. So, ich glaube, jetzt kommt schon das legendäre Intro-Filmchen, was, glaube ich, in dieser Edition sogar bunt sein müsste. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich denke, mich zu erinnern, dass ich... Also, ich habe es immer bunt gesehen. Wir werden es gleich erleben. 1998. Raccoon Forest. Ich gehe mal raus. Wir genießen das mal zusammen, mich hier aufzusammeln. Und ihr seht, es ist die bunte Ausgabe. Wir sind in der ZD-Zone, in Nordwest Raccoon City, wo wir suchen für den Helikopter unserer Compatriots Bravo Team, die in der Mitte der Mission verabschieden. Chris, du hast es nicht gefunden? Nein, ich habe es noch nicht gefunden. Bizarre murder-vergültige Begrüßungen haben gerade in Raccoon City. Es gibt ausländischen Begrüßungen von Familien zu einem Gruppen von etwa zehn Personen. Die Verküßungen wurden, die Verküßung verabschieden. Bravo Team ging nach der Verküßung der Gruppe und verabschiedete. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Come here! Ah! Joseph! No! Don't go! Jill, run for that house! There are only three stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield So, jetzt komme ich mal wieder dazu, denn das Intro hier ist so geil trashig, oder? Jill Valentine. Aber das Intro-Filmchen ist sowas von hammermäßig brutal und sowas von genial. Barry Burton Die haben wir gar nicht gesehen, ne? Die haben wir jetzt gar nicht gesehen. Die gehört glaube ich auch zu dem vorherigen Team. Aber das sind natürlich alle Protagonisten, die hier irgendwie noch relevant sind. Resident Evil Ich weiß nicht was passiert. Barry, wo ist Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No! Rhetorische Pause. No! Was ist das? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? I'll go and check it out. Chris? Ja? Take care. No! 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 Jill? Was ist mit den beiden passiert? Warum haben die hier nicht gewartet? Beziehungsweise, was ist gewartet? Vielleicht sind sie ja schon tot. Aber hier liegt eine Waffe und da stand ja Jill. Das ist ja schon irgendwie sehr merkwürdig. So, und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Möchten sie diese Waffe nehmen? Beretta. Auf jeden Fall. So. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung mehr, wie die ganzen Rätsel hier waren. Abspeichern weiß man natürlich immer noch. Hier an diesen schönen alten Schreibmaschinen. Wenn ich es denn mal hinschaffen. Ich komme nicht hin. Doch jetzt. Möchten sie dies nehmen? Das braucht man natürlich immer. Die Farbbänder. Um einmal zu speichern. Ich glaube, wenn ich das jetzt nehme, habe ich fünfmal die Möglichkeit zu speichern. Aber das nimmt mir jetzt auch zu viel Platz weg. Ach, ist das schön. Nach so vielen Jahren. Ohne Mist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Rätsel waren. Und mit ihm habe ich sowieso viel zu selten gespielt. Hier ist zum Beispiel beim Remake auch noch was anders. Ich glaube, da ist noch eine Tür oder irgendwas. Ja, und jetzt habe ich erst mal keine Ahnung mehr, wo es lang geht. Das wird sich dann natürlich wieder ergeben. Sie ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Okay. Okay. Okay, hier ist anscheinend offen. Ich weiß auch noch, dass man mit Chris manchmal in die Bredouille kam, da die Heil-Items sehr rar gesät sind. Bei Jill hatte man nicht so viele Probleme. Ah, das erste kleinere Rätsel. Ach, die Statue in der Mitte. Da oben ist doch schon so ein sehr auffälliger Zettel. Und hier ist schon so ein kleiner Tritt. Und schieben wir uns mal in die richtige Position. Und ich glaube, dass das sogar die Map ist von der unteren Etage. So, dies ist eine Karte der ersten Etage. So ist es. Möchten Sie sie nehmen? Natürlich. Das nimmt auch keinen Platz ein. Sie besitzen jetzt die Karte, erste Etage. So, und wenn ich jetzt auf Start gehe, habe ich hier die Karte. Herrenhaus. So, und da sehen wir die grünen Bereiche. Die haben wir schon bereist. Und jetzt im Roten, da sind wir anscheinend drin. So würde ich das jetzt mal interpretieren. So, und ansonsten weiß ich nicht ganz genau, ob hier noch was im Raum ist. Das Bild zeigt eine rundliche Frau. Das ist ja sehr gemein, oder? Die rundliche Frau. Also sie ist dick, muss man sagen. Sieht gar nicht dick aus. Schroffen Landschaft. Nichts von Interesse. Das ist so geil. Auch die Musik hört das mal im Hintergrund. Das Bild einer schönen Frau. Kein Grund zur Sorge. Die rundliche Frau, da hat man vielleicht schon Sorgen. Müssen wir vielleicht mal den Cholesterinspiegel messen. Man weiß es ja nicht. Okay. Nichts von Interesse. Keine Frauen drauf. Können wir nichts zu sagen. Schönes Ölgemäle. Ja, okay. Hier haben wir auch noch ein Bild. Ich finde das so geil. Dieses Haus ist so geil aufgebaut. Ich habe mir das Spiel, damals hat mir das ein Kumpel gegeben. 796, als es rauskam, da war ich noch ein kleiner Kumpel. Ungefähr neun. Neun Jahre alt müsste ich gewesen sein. Und ich fand es so der Hammer gruselig. Und so brutal. Meine Mutter hat es mir damals auch weggenommen. Mal ganz kurz gucken, wie ist ein Schlagen? R1 gedrückt hat. R2 passiert nichts. Kann ich eigentlich auch ausweichen? Das ist Sprinten. Also Sprinten werden wir wahrscheinlich mit ihm sehr oft müssen. Denn wir müssen dann die Gegnerhorden irgendwie umlaufen, um die Items zu farmen, beziehungsweise aufzuheben. Okay, R1, dann nach unten schlagen, gerade schlagen. Ich glaube, nach oben geht er auch. Okay. Halt. Jetzt passt mal auf. Ja, ja, das ist das Problem hier. Ja, ja, hinter ihm bleiben. Ansonsten knuspert der einen nämlich immer die Füße an. Und ohne Mist, jeder Zombie könnte hier echt am Anfang jetzt wieder abhauen, oder was? Und ihr seht, der hält einfach sauviel aus. Sag mal, was ist denn das hier? Rennt der jetzt schon in den zweiten Teil rein, oder was? Guck mal, wie viel der aushält, oder? Und nochmal jetzt, jetzt. Jetzt kommt auch die Blutlache da unten. Das ist das Indiz, dass er jetzt endgültig tot ist. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass hier hinten sogar ein bisschen Munition ist. Nee. Das ist natürlich so ein Speicherding. Drei. Ich glaube, bei Jill hat, kriegt man immer fünf, wenn ich mich recht entsinne. Scheiße, ich dachte, hier kriege ich ein bisschen Muni. Ansonsten ist hier echt nichts. Ah, ich meine, irgendwann kriegt man die Schrotflinte und so. Dann wird das Spiel, finde ich, irgendwann so ein bisschen einfacher. Aber gerade der Anfang, gerade bei so alten Spielen, sind die Anfänge extrem schwer. Kann das sein? Okay, ist fest verschlossen. Ein Schwert ist eingraviert. Ich hätte ohne Mist, ich hätte schwören können, dass diese Tür jetzt einfach so aufgeht. Okay, den ersten Zombie haben wir erlegt. Aber der da drüben, den allerersten, den wir gerade gesehen haben in der Intro-Sequenz, der ist natürlich noch da. Wir können natürlich auch einfach mal probieren, rauszugehen, ne? Vielleicht hat sich die ja, die prekäre Lage draußen normalisiert. Naja, jetzt ist es nicht. Okay. Ah, die Rätsel sind wirklich anders. Ich glaube, mit ihr kriegt man, mit Jill kriegt man, glaube ich, einen Dietrich. Und da kommt man da hinten rein. Und da bin ich direkt am Anfang lang. Das ist ja komisch. Dann wird es vielleicht doch nicht so easy. Dann ist es echt gut, dass wir es auf Standard spielen. Denn ich habe echt überhaupt keinen Dunst mehr, wo es jetzt lang geht. Ah, ist so gut aufgebaut. Hier oben, da. Da ist irgendwo noch eine Tür, eine zusätzliche. Ah, hier. Ein Schlüssel. Möchten Sie dies nehmen? Kleiner Schlüssel. Okay. Gerne. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es hier lang ging. Aber irgendwie der Blutfleck da, das sieht irgendwie so aus, als hätte sich hier einer abgemüht. Wir kommen auch noch raus. Ah, ich weiß es. Hier kommen scheiß Krähen. Hier muss man sich beeilen. Zu dem Typen. Hm. Es ist Forest. Er wurde von den Krähen zu Tode gehackt. Ja, ja, jetzt kommen diese Biester. Nimm die Muni. Genau, die Muni müssen wir ganz schnell nehmen und dann halt es für uns abhauen. Denn ansonsten hacken die mich hier tot. Und ich kann die zwar töten, diese Biester. Aber da verbrate ich nur meine ganze Munition. Komm, 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 komm. Also hier ist wirklich gerade am Anfang. Wenn die einen erwischen, ich glaube, irgendwann humpelt man sogar. Oder war das erst bei Resident Evil 2? Okay. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, mit Jill kriegt man hier irgendwas anderes. Irgendwas. Also nur Muni hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich nehme lieber die Pistole. Ich habe... Ich habe so Schiss. Ist auch so ungewohnt. Ich muss mit Dreieck zurück. Ne? Okay, zielen geht ganz normal. Ansonsten ist das ja immer mit Kreis. Aber... Also wir spielen das Ganze über meine PS3. Die emuliert das natürlich. Ich habe es auch probiert, über den PC zu emulieren. Aber... Sieht zwar ein bisschen besser aus. Ah, da war schon den ersten. Ah, er geht down. Da könnte ich natürlich mal probieren, mit dem Messer mal drauf zu hauen. So, und wieder weg. Ich weiß, das ist extrem langwierig, immer wieder in dieses Menü reinzugehen. Aber wir brauchen diese Munition. Lieber einmal mit dem Messer hingehauen. Er hat schon den Arm verloren. Das fand ich damals sowas von genial. Alle, die verlieren die Arme, die Körperteile. Ah, jetzt da. Da kommt die Blutlache raus. Ich glaube, beim zweiten Teil konnte man da irgendeine Taste drücken. Da konnte man separat die Munition nachladen. Hier muss man immer wieder ins Menü. Okay. Fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Ich habe keine Ahnung. Wer ist das geil? Solche alten Spiele wieder zu spielen. Rüstung. Wieder die Rüstung. Auch hier. Hier kommt man da Rüstung relativ weit. Das Geile ist auch wirklich, wenn ich seinen Arm treffe. Dann kann ich den halt abschießen. Ich muss wirklich den Arm treffen. Das ist natürlich hier utopisch irgendwie zu denken, dass man hier was gewollt treffen kann. Ah, Fick dich. Da wollte ich schön dran vorbeirennen. Stinkendes Moda-Fick-Tier. Alter. Guck mal. Achtung. Also wenn ich hier zweimal gebissen werde, dann bin ich wahrscheinlich schon tot. Hier muss man auch genau hinhören. Ah, doch er blutet. Alter, jetzt ist schon Achtung. Hier ist ja alles zu. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe doch irgendeinen blöden Schlüssel bekommen. Ah, hier geht es nächstes lang. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es da hingeht. Muni? Nee. Nichts Ungewöhnliches. Wir müssen wirklich alles absuchen. Manche Muni sieht man auch nicht. Die ist dann hier wirklich einfach so in der Grafik drin. In dieser grafischen Pracht. In den Pixel-Moose. Aber ganz ehrlich, das gehört dazu, Alter. Das hat immer so ausgesehen. Ich habe es auch irgendwo noch für PC, aber ich fand das immer für Playstation, war das... Das gehört zur Playstation. Einfach dazu. Botanikbuch über medizinische Kräuter. Ich muss mir das echt durchlesen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie das geht. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es viele Pflanzen, die eine heilende Wirkung haben. Seit uralten Zeiten behandeln die Menschen schon Wunden und Krankheiten mit Hilfe von verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch werden wir Ihnen als Beispiel drei Kräuter vorstellen, die in der Gegend rings um das Rekunengebirge wachsen und in deren Besonderheiten als Beispiel für jene Pflanzen darlegen, die medizinische Eigenschaften besitzen. Jedes der Kräuter hat eine unterschiedliche Farbe und eine andere Wirkung als Heilpflanze. Die grünen bringen körperliche Kraft zurück. Die blauen Kräuter neutralisieren natürliche Gifte. Während die roten Kräuter selbst keinen direkten Eigeneffekt besitzen, die roten Kräuter wirken sich erst aus, wenn sie mit anderen Kräutern vermischt werden. Wenn Sie zum Beispiel diese roten... Okay, durch die Veränderung der Männer... Ja, okay, das ist eigentlich klar, es gibt drei Kräuter. Grün heilt, blau gegen Gift, rot verstärkt den Effekt von grün. Sie haben sie geöffnet, wahrscheinlich mit dem kleinen Schlüssel. Ist das möglich? Wir haben ja irgendwie den kleinen Schlüssel, aber da müsste ja eigentlich dastehen, dass ich den benutzt habe dafür. Geh weg! Da kommt auch noch einer! Ich darf leider nicht zu viel Muni raushauen. Oh Gott, ey, wenn der mich jetzt tötet... Ja, lecko mio! Warum treffe ich den nicht? In der Aufstehanimation darf ich ihn nicht treffen, das ist ja gemein. Alter, ich hab schon wieder keine Muni mehr! Das wusste ich, das ist der Anfang, der ist so schwer. Okay, ich muss den jetzt... Hoffentlich ist der tot. Blutlache kommt. Der ist auch tot, oder? Oh, von wegen! Alter, da hinten sehe ich doch noch einen, da hinten. Da schwabbelt doch irgendwas rum. Mit Vierschuss wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn das machen? Ey, der da hinten, der ist doch neu. Den haben sie gepatcht. Gibt's gar nicht. Das konnte ich vielleicht bei der PS3 immer sagen. Hier geht das leider nicht. So eine Kacke! Ah, ich glaub da unten ist ein... Aber da unten ist vielleicht noch ein Zombie. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist da unten ein Safe-Raum. Aber es bringt mir ja auch nichts. Ich meine, wenn ich jetzt schon wieder hier mit halber Energie nur noch rumlaufe, hab nur noch vier Schuss. Da ist echt einer. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss hier rein. Das ist auch einer, der hat eine gelbe Kote an. Der ist, glaub ich, ein bisschen stärker und kotzt irgendwie grüne Gülle oder irgend sowas. Ach, das ist das Pflanzentötungsmittel, ne? Möchten sie dies nehmen? Chemikalie. Ach, das ist ein Rätsel. Ich hoffe einfach, dass hier vielleicht in der Kiste schon mal ein bisschen Muni drin ist. Ah, wie geil. Wie geil. Okay, den Schlüssel tu ich jetzt mal weg. Ich hab leider keine Ahnung, wofür ich den brauchen sollte. Er muss sich jedes Magazin einzeln tragen. Kann ich die nicht kombinieren? Das kann man ja doch gar nicht zählen. Alter, das ist ja frech. Das geht doch nicht, oder? Ah, so geht's. Okay. Okay, aber wir speichern auf jeden Fall mal ab. Damit können sie ihren Fortschritt speichern. Auf jeden möchten sie das Farbband nehmen. Ach, geil, geil, Leute. Okay, keine Daten sind vorhanden. Wir hauen drauf. Speicherkarte 1. Chris, erster Safe-Spot. H-Lager 1F. Und ich glaub sogar, wenn ich jetzt hier so in die Kamera schießen würde, also wenn ich jetzt hier so hingehe, so, und jetzt halt so in unsere Richtung schießen, da würde irgendwie so ein Split kommen. Also das wäre so Crack, als hätten wir wirklich den Kameramann erschossen. Ich glaub, sowas mach ich natürlich jetzt nicht, weil ich absolut keine Muni mehr hab. Aber theoretisch wäre das, glaub ich, möglich. So, das Ding ist immer wichtig, dass man das wieder raushaut. Denn man braucht's ja nicht. Ansonsten ist es eigentlich ganz gut, wenn man hier... Die Sachen brauchen wir unbedingt. Okay, Leute, aber ich würde sagen, für den ersten Part von Resident Evil, den Auftakt einer großartigen Reihe hier auf meinem Kanal, reicht's erst mal. Alter, das wird richtig genial. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei und lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Wieder zurück zu Resident Evil Directors Cut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017